reizdarm ade vier tipps zur linderung der modernen volkskrankheit ein artikel von viktoria tauberger von mantra auf balance hallo vielen dank dass du hier bist wusstest du das reizdarm unter den magen darm beschwerden die am häufigsten gestellte diagnose ist und dass frauen doppelt so häufig darunter leiden als männer bis das reizdarm syndrom bei den betroffenen aber diagnostiziert wird durchlaufen sie meist einen anstrengenden ärzte marathon doch die diagnose reizdarm ist eigentlich keine konkrete krankheit sondern eine sehr vage einordnung eines problems welches die ärzte nicht zuordnen können in diesem artikel erkläre ich was die symptome eines reizdarm sind wie eine reizdarm diagnose abläuft warum reizdarm nicht unbedingt eine darmkrankheit ist warum die neue volkskrankheit eine nebenwirkung der modernen welt ist was die ursachen der beschwerden sind und die psyche damit zu tun hat und vier tipps zur linderung dieses lästigen problems konnte ich dich neugierig machen super dann viel spaß beim zuhören was sind die symptome eines reizdarms die symptome eines reizdarms ähneln sehr den symptomen einer lebensmittelunverträglichkeit denn auch hier leiden die betroffenen personen unter blähungen blähbauch bauchkrämpfen durchfall oder auch verstopfung und dabei lassen sich drei reizdarm typen feststellen nummer eins der durchfall typ nummer zwei der verstopfungstyp und der dritte reizdarm typ ist eine abwechselnde mischung aus durchfällen und verstopfung bei manchen menschen zeigt sich der reizdarm also hauptsächlich in form von durchfällen bei anderen äußert er sich stattdessen bevorzugt in verstopfung und die letzte gruppe leidet abwechselnd unter durchfällen und verstopfung aber alle drei typen begleiten auch bauchschmerzen und blähungen wie geht eine reizdarm diagnose für die diagnose eines reizdarms werden im normalfall zahlreiche untersuchungen gemacht um ernsthafte erkrankungen wie darm krebs und chronisch entzündliche darmerkrankungen wie zum beispiel leaky gut also durchlässiger darm auszuschließen dafür werden meist magen und darmspiegelungen durchgeführt das blut analysiert und ultraschall untersuchungen gemacht können ernsthafte erkrankungen ausgeschlossen werden ist das natürlich eine große erleichterung für die person nur verschwinden die symptome dadurch und trotzdem nicht hast du dies alles hinter dir solltest du dich als nächsten schritt auf mögliche lebensmittelunverträglichkeiten testen lassen wie zum beispiel laktose fruktose ist amin oder glutenunverträglichkeit ebenso könnte es an einer allergie liegen auf meinem blog findest du weiterführende informationen zu diesen themen wenn dies alles wieder ausgeschlossen werden konnte dann kann man von einem wirklichen reizdarm ausgehen was sind nun die ursachen eines reizdarms die möglichen ursachen eines reizdarms kann man grob in zwei kategorien einteilen erstens gestörtes darm mikrobiom zweitens psychosomatik gestörtes darm mikrobiom als ursache für den reizdarm beim thema gestörtes darm mikrobiom eher bekannt als darm flora musst du verstehen dass 99 prozent all unsere bakterien im darm sitzen es ist eine kunterbunte mischung aus vielen verschiedenen bakterien die unglaublich wichtige aufgaben erfüllen dazu gehören auch nicht nur gute sondern auch schlechte bakterien für eine gesunde darm flora brauchen wir ein verhältnis von etwa 85 zu 15 also gute bakterien schlechte bakterien haben wir mehr schlechte als gute bakterien so ist unsere darm flora gestört was unsere gesamte gesundheit beeinflusst die haupteinflussfaktoren für ein gestörtes darm mikrobiom liegen in der modernen welt mit ihren schädlichen einwirkungen medikamente wie antibiotika und pille zusatzstoffe in fertig produkten eine säureüberschüssige ernährung alkohol zigaretten und schadstoffbelastungen durch umweltfaktoren im folgenden artikel findest du mehr informationen zu diesem thema gesundheit beginnt im darm teil 2 warum darmbakterien die heimlichen herrscher unserer gesundheit sind psychosomatik und der reizdarm was die psyche mit dem reizdarm zu tun hat fragst du ziemlich viel dafür musst du verstehen dass unser darm also unser bauchhirn und unser gehirn unser kopfhirn stark miteinander interagieren denn in unserem nervensystem haben wir steuerungsimpulse vom gehirn zum darm und umgekehrt dieses nervensystem lässt sich in zwei gruppen einteilen dem sympathikus und dem parasympathikus der sympathikus ist immer dann aktiv wenn wir uns konzentrieren müssen oder in einer stressigen situation sind es ist der kampf oder fluchtmodus unseres gehirns denn ein gewisser teil unseres gehirns hat sich seit der steinzeit nicht besonders weiterentwickelt im vergleich zu der gesamten zeit in der der mensch auf diesem planeten lebt haben wir besonders in den letzten jahrzehnten solch eine stressige welt entwickelt dass unser gehirn evolutionsmäßig einfach noch nicht richtig hinterher gekommen ist das gehirn assoziiert stress mit lebensgefahr und denkt der mensch steht vor einem säbelzahntiger und muss um sein leben kämpfen der parasympathikus hingegen ist aktiv wenn wir entspannt sind uns in einer regionalen situation befinden oder essen redest du zum beispiel beim essen über stress dann versucht dein darm diesen ebenfalls zu verdauen stress in maßen ist für unseren körper nicht schlimm chronischer stress jedoch schon denn bei stress fährt das gehirn sowohl die immunabwehr als auch die darmfunktion herunter reizdarm und sogar schlimmere darm probleme können die folge sein du kennst es sicher wenn man sehr aufgeregt ist oder angst hat reagiert man häufig mit magenschmerzen oder durchfall das liegt daran dass unser gehirn den darm beauftragt sich der nahrung zu entledigen die verdauung erfordert nämlich ganze 70 prozent unserer gesamten energie wenn wir uns aber nach der logik des gehirns in einer lebensgefahr befinden braucht das gehirn die ganze energie für die denkleistung um aus der brenzligen situation klug herauszukommen oder für die muskelkraft um weglaufen zu können reizdarm behandeln vier tipps na gut aber wie kann man denn nun ein reizdarm entgegenwirken ich habe dir im folgenden vier tipps mitgebracht was du konkret tun kannst erstens die richtige ernährung bei reizdarm die richtige ernährung ist immer das a und o und ist das was unsere gesundheit maßgeblich beeinflusst du würdest dein auto ja auch nicht mit dem falschen benzin tanken eine ballaststoffreiche ernährung hilft unserem darm beziehungsweise dem darm mikrobiom im gleichgewicht zu bleiben ballaststoffe in dem fall prebiotika nicht zu verwechseln mit probiotika sind nämlich die nahrung unserer guten darmbakterien es sind unverdauliche faserstoffe pflanzliche lebensmittel wie spargel faser oder tomatenhaut und sie gehören zu den komplexen kohlenhydraten das wort ballast ist hier irreführend denn ballaststoffe sind gar keine unnötigen lasten jedenfalls nicht für unsere darmbakterien ballaststoffe können nämlich nicht vom dünndarm aufgenommen werden und werden unverdauert weiter zum dickdarm transportiert wo sie den guten bakterien als nahrung dienen sie stärken also die guten bakterien so dass sie immer kräftiger werden und ihre wir besser verteidigen können schlechte bakterien können mit prebiotika nichts anfangen sie bevorzugen nämlich eher minderwertige kohlenhydrate wie zucker wir müssten eigentlich täglich etwa 30 bis 60 gramm ballaststoffe essen jedoch kommen die meisten europäer nur auf etwa die hälfte das ist zu wenig um die guten darmbakterien gesund und kräftig zu halten so entsteht ein harter konkurrenzkampf im darm bei dem die schlechten bakterien meistens leider die oberhand gewinnen das ansteigen von typischen zivilisationskrankheiten hängt oft direkt damit zusammen dass wir einfach zu wenige ballaststoffe essen wir lassen unsere guten darmbakterien buchstäblich verhungern die folgen sind schwerwiegende darm und stoffwechsel erkrankungen wie reizdarm verstopfung bis hin zu darmkrebs vor 100 jahren haben die menschen noch die vierfache menge an ballaststoffen verzehrt klar sie hatten auch nicht so viel fast food zucker und industriell hergestellte nahrung versuche also folgende ballaststoffreiche lebensmittel mehr in deinen ernährungsplan einzufügen lebensmittel aus vollkorn roggen dinkel und hafer zum beispiel brot reis nudeln hülsenfrüchte wie erbsenbohnen linsen kichererbsen lupinen kartoffeln mit schale kohlgemüse und wurzelgemüse nüsse obst mit schale und diese ballaststofflosen und übrigens auch säure bildenden lebensmittel wo es nur geht zu meiden fleisch fisch milchprodukte also milch käse butter quark und so weiter zucker fast food zweitens stress management ein gestresster darm verdaut nicht gern wir haben vor einigen minuten gelernt wie stress unseren darm beeinflusst und was der parasympathikus damit zu tun hat daher ist es wichtig dass du deinen parasympathikus aktiv bei entspannung möglichst förderst wie kann man das nun tun achtsam essen reden wir beim essen in der unser parasympathikus aktiv ist über stress oder befinden uns in einer hektischen umgebung wirkt sich das negativ auf unseren darm aus der darm versucht den stress ebenfalls zu verdauen und speichert ihn ab versuche also zum beispiel an deinem arbeitsplatz nicht am schreibtisch zu essen wo all die aufgaben um dich herum sind gehe wenn möglich am besten raus alleine oder in gesellschaft aber sprich nicht über die arbeit genauso sieht es auch mit deinen liebsten zu hause aus bespreche keine unangenehmen themen am tisch streite nicht und zwinge deine kinder bitte nicht auf zu essen wenn sie nicht wollen denn das ist stress ebenso alles was mit entspannung zu tun hat und alles was die entspannung bringt zum beispiel in der badewanne liegen ein gutes buch lesen spazieren was immer dir ein wohliges gefühl gibt tue es öfter denn du hast es dir verdient drittens kräuter tees bei reizdarm der ingwer hat so unglaublich viele heilsame wirkungen und wird daher in vielen östlichen heilwesen wie im ayurveda oder der traditionellen chinesischen medizin bei darm beschwerden verordnet denn der ingwer ist nämlich entzündungshemmend er fördert die darmperistaltik also die darm bewegungen und stärkt die magenschleimhaut das sind alles wundervolle eigenschaften die ein reizdarmsyndrom lindern können der ingwer hat aber auch noch weitere heilsame eigenschaften wie zum beispiel er enthält viele antioxidantien ist antibakteriell verleiht frische konzentration und schwung im alltag wirkt auch gut gegen schmerzen wie zb kopf und muskelschmerzen schützt die augen vor dem grauen starr und reduziert das krebsrisiko daher empfehle ich dir täglich einen ingwertee zu trinken am besten frisch dafür kannst du wasser abkochen und eine frische ingwer möglichst in kleine scheiben geschnitten mit zitrone in deine tasse hineingeben achte beim ingwer darauf je mehr schnittfläche desto mehr ingwer geschmack kann sich entfalten am besten du schneidest möglichst viele dünne scheiben und brüßt sie mit heißem wasser auf und lässt das ganze dann gut ziehen viertens heilpflanzen bei reizdarm kurkuma ist eine heilpflanze die auch sehr gut bei reizdarm eingesetzt werden kann sie gehört zu der familie der ingwergewächse man kennt sie besonders vom curry bulwur sie verleiht den gerichten die gelbliche farbe citrusaroma und einen leicht scharfen geschmack es gibt zahlreiche studien die die heilwirkung der kurkuma bei darmerkrankungen bestätigen sie hat aber auch noch viele andere positive einflüsse auf unsere gesundheit kurkuma bekämpft krebszellen ist reich an antioxidantien und stabilisiert somit das immunsystem wirkt entzündungshemmend wirkt wie aspirin oder schmerzmittel aber ohne nebenwirkungen ist antiviral und antibakteriell fördert die wundheilung und hat eine grundlegend reinigende wirkung für den körper wie kannst du kurkuma nun verwenden wenn du gerne kochst kannst du sie als ein gewürz in vielen gerichten mit zum beispiel reis verwenden du kannst sie entweder bereits als gewürz kaufen oder besser du reibst sie frisch in die mahlzeit falls du nicht so gerne kochst gibt es noch eine andere komfortable möglichkeit und zwar als ein nahrungsergänzungs präparat besonders wenn du krank bist ist das ratsam kurkuma hoch dosiert einzunehmen es wirkt wunder und hilft dir viel schneller wieder gesund zu werden ich empfehle dir dabei dieses produkt den link dazu findest du im geschriebenen artikel es ist vegan bio ohne zusatzstoffe und in deutschland hergestellt da es hoch dosiert ist reicht eine kapsel am tag du solltest es am besten vor oder nach einer mahlzeit nehmen der kurkuma in kombination mit fett eingenommen werden sollte sonst wirkt es nicht im körper falls dich das thema interessiert und du mehr input zum thema ganzheitliche darm gesundheit haben möchtest dann sei live dabei bei meinem kommenden kostenlosen online seminar der glückliche darm drei wege zu mehr balance und gesundheit wie du dich langfristig und natürlich von reizdarm völle gefühl und anderen darm beschwerden befreist in etwa einer stunde verrate ich dir da wie du dich langfristig und natürlich von reizdarm und all diesen ganzen darm beschwerden befreien kannst melde dich dafür an auf www mantra of balance.de darm seminar ich hoffe der artikel konnte dir weiterhelfen und die inspirationen geben wie du deinen reizdarm heilen kannst wenn ja würde ich mich übereinteilen mit einer community und einen kommentar sehr freuen in liebe viktoria wer spricht hier ich heiße viktoria tauberger jahrgang 86 master in wirtschaftswissenschaften ich bin gründerin von meinem herzensbusiness mantra of balance ich bin begeisterte expertin für die darmgesundheit woman empowerment und achtsamkeits coach meine herzensmission ist dass menschen dabei zu unterstützen die balance sowohl im körper als auch der seele auf eine holistische und nachhaltige weise wieder herzustellen